Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu LS17 auf der Gemeinderade zusammen mit dem WNM. Guten Tag. Wir haben uns mit Ansgar ausgesprochen, Beef ist beendet, der ist auch wieder dabei. Der Ansgar. Hi zusammen. Hallo. Ich bin kurzzeitig in den Streik gegangen, aber jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Ja, alles wieder gut. Kann man sich wieder beruhigen. Sie haben bei manchen Emotionen hochgekocht in der Folge. Ja, ich habe nur aus Emotionen gehandelt. Manche Kommentare auch. Ja, was warst du in den Kommentaren? Ich glaube bei mir jetzt eher weniger, aber so bei Werner. Ich glaube bei Werner hat irgendjemand geschrieben, okay, ich gehe weg oder schaue keine LS-Projekte mehr. Erst Dings weg, dann Ansgar weg. Ist doch voll langweilig. Ja. 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 Ja.